Was ist das Deutsche Kreis Forschungszentrum in Heidelberg? Wir gehören zum Deutschen Kreis Forschungszentrum in Heidelberg. Wir bewirten hier 250 Mittagsgäste pro Tag, sowie Tagungsgäste in einem Konferenzzentrum und weitere Gäste in unserer Kaffeebar. Und die Versorgung dieser Einrichtungen hier läuft über unsere Küche in diesem Casino. Was ist das für die Kaffee? Wir hatten vorher eine Micro FV 120, die gut war, aber deren Kapazität leider Gottes nicht ausreichend gewesen ist. Und wir haben aufgrund der Geschäftsnachfrage, haben wir dann längere Zeit nach einer Korbtransportmaschine gesucht, die von der Dimension her der alten Maschine entspricht. Die APSA hat den großen Vorteil, dass die von ihren räumlichen Dimensionen her eins zu eins an die alte Hutmaschine inklusive der Zonenablauftische ersetzen konnte. Die Benutzerfreundlichkeit der APSA-Maschine ist hervorragend. Sie gibt umfangreiche Hilfestellungen. Der Austausch der Doppelhubmaschine gegen die APSA-Maschine lief wie geplant in dem ganz regulären Zeitfenster. Wir haben nach Feierabend, da hat die Firma Meiko mit dem Abbau begonnen. Und zur Eröffnung am nächsten Tag war die Maschine dann schon in Betrieb. Das Spülergebnis der APSA ist hervorragend. Es gibt keine Wasserflecken mehr, die vorher unvermeidbar waren in der Hutmaschine. Das Tempo der Maschine ist gut, das Ergebnis ist prima. Wir kriegen auch ein Feedback, das wir von unseren Gästen kriegen. Das Tempo der Maschine ist gut.